Liebe Zuschauer da draußen, hallo und herzlich willkommen zurück bei Assassin's Creed Unity. Wir haben ein neues Schwert mit Schlangen, Schwert, Griff und sind aber gerade in der Hauptstory unterwegs in Sequenz 6 und sollen hier zum Hotel de Beauvais. Wir gehen weiter den Spuren nach rund um den Mord an Monsieur de la Serre, nachdem wir Lafrenie auf eigene Faust getötet hatten. Und da oben sollen wir hin zum Hotel. Also mal schauen. Wo ist der Ort? Woran war Lafrenie nur so interessiert? Bringt ihn nach oben. Beeilung. Oh, den kennen wir doch. Alter Freund. Ihr kommt ganz schön rum, oder? Der Monsieur de la Touche. Alois, Fuß ab la Touche. Den kennen wir doch noch. La Touche finden. Ja, wollen wir doch mal den fragen, was der mit dem Ganzen hier zu tun hat. Ich soll mit Berserkerfeil Schützen vergiften und Attentate aus einem Versteck machen. Das ist ein Schütze. So, habe ich jetzt noch eine Berserker-Klinge? Ja, habe ich. Gut, dann holen wir uns den nämlich direkt mal mit Berserker-Klinge da. Mit Berserkerfeil vergiftete Schützen eins von zwei. Bringt mir nur insofern nichts, als dass ich nur einen Berserkerfeil habe und wir aber zwei vergiften müssten. Aber zumindest den einen haben wir schon mal. Da unten ist ein Dieb. Den kann ich aber jetzt auch nicht rammen. Der Dieb läuft weg. Ja, kann ich jetzt auch nicht ändern. Vielleicht hat der ja eine Berserkerfeil dabei, aber ich glaube, ich hatte bisher noch nie einen Gegner, der eine Berserkerfeil dabei hatte. Die haben manchmal dann Phantom-Klingen dabei. Aber ansonsten, oder Dietrich hier, genau, sowas. Aber nicht das, was man braucht. So, der hat uns gesehen, aber nur kurz. Bringt ihm also nichts. Ich muss nur auf die anderen beiden Kollegen aufpassen, die wir vorhin auch schon gekillt hatten. Oh Gott, das ging aber jetzt auch wieder schnell hier. Ja gut, keine Ahnung. Also, ich habe dieses Deckungssystem noch nicht so ganz verstanden, weil es manchmal so schnell geht. Was ich aber auch gelesen hatte, unter anderem bei GameStar. Die haben das auch bemängelt, glaube ich. Ich weiß gar nicht, ob es GameStar war. Dass das Deckungssystem manchmal nicht so funktioniert, wie es eigentlich sollte. Zum Beispiel, dass man teilweise zu schnell entdeckt wird oder gar nicht entdeckt wird. Oder dass die KI sich irgendwie unlogisch verhält. Das ist ein bisschen schade natürlich, wenn die dann... Man hat ja so bestimmte Vorstellungen, wie irgendwas funktionieren sollte. Und wenn es dann nicht funktioniert, dann ist das ein bisschen schade natürlich. So, ich würde jetzt wieder hier reingehen. Und mich erstmal umschauen. Oh, da unten ist zum Beispiel Lafreniere. Äh, Latouche. Nicht Lafreniere, Latouche. Und den sollen wir verfolgen. Als die Tyrannei das Verbrechen der Majestätsbeleidigung erfand, wobei es sich um belanglose oder heroische Taten handeln konnte. Wer hätte da noch zu glauben gewagt? Er würde mit einer wilde im Strafe... Wie lange sollen wir noch warten? Ich muss mich um meine Geschäfte kümmern. Nur noch etwas länger. Der Großmeister will die Reihen der Politiker lichten, bevor wir beginnen. Und dann erfahren wir auch den Grund für unsere letzten... Es wird sich alles klären. Das schmeckt richtig. Der Plan ist viel zu unsicher. Und wir dürfen auch Latouche nicht außer Acht lassen. Oder alle ans Messer liefern will. Ich habe mich gehört. Ach, Lea. Das ist tot. Seit Stufen, hierher. Ist das hier? Es wäre... Hüttchen. Äh, so ist das nicht. Ich zeige Ihnen eine Zemplerverschwörung. Sie fragen das Parlament. Nein! Sie sind schön bei dir. So, da unten quatschen jetzt gerade drei. Unter anderem auch Latouche. Die freuen sich, dass wir La Finier getötet haben für sie. Müssen die es nicht mehr machen. Tick-Tack, Freundchen. Aber den haben wir. Tja, und da läuft... Unser guter... Latouche. Was ist dein Ziel, mein Lieber? Ah, du gehst da unten weiter. Ah, nicht schlecht. Dann gehe ich draußen weiter. Oh, Moment. Das Artefakt nehme ich natürlich mit. Hallo, wieder rein. Wieder rein. Geh ins Scheiß-Fenster rein jetzt. Na, meine Güte. Ist das so schwer? Ja, ja. Du mit deinem LT. Das funktioniert noch nicht. So, hier. Das hätte ich gerne. Eins von fünf. Oh, da ist er. Da ist er. Er geht hier oben rein. Muss ich nur aufpassen mit dem da. Also, warum lassen wir nicht die Spielchen und kommen zum Punkt? Sag mir, wo es ist. Und du hast es hinter dir. Wie war das? Ihr seid sehr klug. Rui, macht hier sauber. Schnell. Komme sofort. Oh, und tschüss. Ihr habt das Wiesel gehört. Und jetzt springt er nach unten. Ich dachte, er zieht da oben den aus dem Fenster. Na, super. War schon wieder nicht das, was ich gedacht habe, was er macht. Da stand doch einer am Fenster. Und ich denke natürlich, klar, er nimmt sich den, der da am Fenster steht. Und, ähm... Er zieht den runter, aber nee, er springt irgendwie auf einen da ganz unten. Das kann ich natürlich auch nicht wissen. So, aber da drin ist immer noch Latouche. Das ist mein Hauptziel. Egal, was ich hier für einen Blödsinn mache, der ist das Hauptziel. Und die gehen unten weiter, also muss auch ich nach unten. Treffen sich mit noch mehr Leuten. Ja, gut. Latouche läuft gerade gegen eine Tür. Meint ihr, der kriegt es noch hin, oder? Eher nicht. Nee, der läuft eher gegen eine Tür. Okay. Dann lassen wir ihn noch ein bisschen gegen die Tür laufen. Hör mal, Junge. So geht das Spiel nicht weiter, wenn du nicht durch die Tür gehst. Du musst sie schon aufmachen. Sonst töte ich euch. Beide. Vielleicht kann ich die da entbuggen, indem ich da eine Rauchbombe hinschmeiße. Sollen wir das mal versuchen? Ich meine, weil die hängt ja gerade irgendwie da fest. Versuchen wir das mal. Nö, das interessiert ihn gar nicht. Na super. Danke, Latouche. Du hast das Spiel kaputt gemacht. Vielleicht mal drauf schießen. Seinen Kollegen darf ich wahrscheinlich nicht töten, oder? Darf ich den töten? Also, ich darf auf ihn schießen, aber es tötet ihn nicht. Sagen wir mal so. Na gut, dann ist der jetzt kaputt. Oder meint ihr, der beruhigt sich noch? Kann ich vielleicht von irgendwo anders hinkommen? Ich kann zum Beispiel hier runter in den Keller. Vielleicht geht er dann weiter. Oh, hier kann ich auch eine Tür aufmachen. Aber es ist wieder so eine schwierige Tür. Mache ich mir nur die Dietrich hier mit kaputt. Na gut, wir werden den Latouche jetzt gerade verlieren, aber... Was soll ich machen? Der ist da oben gebackt. Vielleicht geht es so. Vielleicht geht es so. Wenn ich ihn kurz aus den Augen verliere. Und wir dann wieder hochgehen. Nee, der läuft immer noch gegen die Tür. Komm schon, Junge. Du schaffst das. Ich glaube an dich. Sei stark. Ja gut, was soll man machen? Ich kann ja jetzt mich nur von ihm entdecken lassen. Ansonsten wird das nichts. So, Ziel gestorben. Tut mir leid, Latouche ist tot. Kann ich auch nichts dran ändern. Aber was soll ich machen, wenn Latouche das Spiel kaputt macht? Dann kommen wir ja nicht weiter. So ein Blödsinn, oder? Solche Fehler können einem echt den Spaß verderben. Oh, ich muss zumindest nicht nochmal alles machen. Das ist doch gut. Das Problem ist, ich kann das den ganzen Tag machen. Aber du? Du hast vielleicht noch eine Stunde. Höchstens zwei. Eine halbe mit den scharfen Werkzeugen. Also, warum lassen wir nicht die Spielchen und kommen zum Punkt? Sag mir, wo es ist. Und du hast es hinter dir. Luxembourg. Wie war das? Bei mir die Luxembourg. Ihr seid sehr klug. Oui. Macht ihr sauber. Schnell. Kommen wir sofort. So, jetzt läuft er wieder. In der Hoffnung, dass er diesmal nicht buggt. Ihr habt das Wiesel gehört. Und dann schauen wir mal, wo er hin möchte. Warft ihr ihn wirklich aus dem Fenster? Abfall gehört in die Gosse. Fahrlässig. Jemand hätte es sehen können. Wer? Meine Jungs überwachen hier alles. Jeder gute Samariter wird es bereuen. Das hoffe ich. Der Großmeister wird nicht erfreut sein, wenn der ganze Plan wegen eines toten Tageldünners auffliegt. Na, vielleicht kriegen wir den gekillt hier. Jupp, kriegen wir. So, und die versammeln sich da unten. Kommt er jetzt durch die Tür? Diesmal kommt er durch die Tür. Dankeschön, mein Lieber. Ein Ort finden. Ein Ort finden, um das Treffen zu belauschen. So, meine optionalen Ziele sind jetzt leider nicht geschafft. Die sind ab jetzt sozusagen nicht mehr möglich. Ihr hattet recht. König Ludwig hat mit allen möglichen Leuten gesprochen. In einem Atemstück verschwört er sich gegen die Revolution. Große Taten erfordern Geduld, liebe Freundin. Wenn Paris noch etwas länger leiden muss, um die Welt umzugestalten, dann muss es so sein. Warum beseitigen wir ihn nicht einfach? Einer meiner Männer, ein Messer, eine dunkle Gasse, ein Kinderspiel. Wir brauchen einen Sündenbock, Kapitän, keinen Märtyrer. Übt euch in Geduld. Bei allem Respekt, Großmeister. Geduld ist schön und gut. Doch je länger wir warten, desto größer die Gefahr der Entdeckung. Die Assassinen fanden Sivere und den Roi de Thyn bereits. Sivere und der Roi haben ihren Zweck bereits erfüllt. Ihr Ableben ist zwar unerfreulich, aber kein Hindernis. Und die Assassinen haben ihren Nutzen unter guter Führung schon bewiesen. Was ist mit Delas Herzbrut? Wenn sie die alte Garde um sich schauen kann, wird sie zu einer Gefahr. Darüber macht euch mal keine Sorgen. Wieso nicht? Mademoiselle Delas Herz macht sich bald auf den Weg zum Hotel Voisin. Zu einem Treffen mit Monsieur Lafreniere. Leider kann Monsieur Lafreniere hier nichts mehr sagen. Elise! Raffiniert, Großmeister. Doch ihr hattet auch schon Reibereien mit den Assassinen. Bei allem Respekt. Euer Glück kann nicht ewig werden. Wohl wahr. Ich überlasse ich die Ausführung unseres Planes euch, meine Damen und Herren. Ich werde mich ins Sanktuarium zurückziehen und auf die letzte Phase warten. Ist das gut so, Kapitän? Ich verdreifache die Wachen. Wie ihr wünscht. Möge der Vater des Verstehens euch leiten. Möge der Vater des Verstehens euch leiten. Komm schon, wir sperren hier unten zu. So, die waren da oben noch am Quatschen. Wir wissen jetzt also, Elise ist in Gefahr. Und plötzlich stehen hier unten Wachen, die vorher noch nicht da standen. Ich könnte zwar durch die Tür abhauen, aber die kann ich ja nicht aufschließen. Dazu ist mein Schlossknacker-Skill zu schlecht. Ich meine, wir können es natürlich versuchen. Aber ich glaube nicht, dass das das wird. Ne, ne. Da mache ich mir nur die Dietrich hier mit kaputt. Keine Chance. Zu schwierig. Ah, komm, den hätte man aber zählen lassen können. Ja, gut, das war der letzte. Einen habe ich noch. Oh. Juhu, ich habe es geschafft. Und das nur, um hier rauszukommen, ja. Die Tür hat ja nicht mal einen Sinn. So ein Bullshit. So, ich hau dann mal ab. Tschüss und, äh, denen hier noch einen schönen Tag. Welcher Spion? Ihr meint doch nicht mich, oder? Natürlich werde ich versuchen zu fliehen. Aber hier ist sonst nichts mehr los. Hier treibt sich ein Spion herum. Versuch einfach mal an denen vorbeizulaufen. Na gut, das Schloss kann ich jetzt schlecht knacken. Da sind nämlich gerade ein paar Gegner unterwegs. Ich muss mich kurz um die kümmern. Ah gut, der ist eh nur Stufe 1 hier. So, das Gebiet soll ich verlassen. Durch die Tür werde ich aber auch nicht durchkommen. Ohne Dietrich hier. Vor allem, weil die auch noch zu schwer ist für uns. Wir haben das nämlich immer noch nicht verbessert, unseren Schlossknackerskill. Ich wüsste jetzt auch nicht, ob wir hier irgendwo anders raus können. Alles zu hier. Hey, wer hat mein Spion, Männer? Auch hier ist zu. Kein Spionen kommt, wenn ich Dienst hab. Da unten ist nix. Wir können natürlich nach oben gehen. Das ist die Frage, ob das so viel einfacher ist. Vielleicht schon. Oh, der eine ist Stufe 5. Und der ist Stufe 1. Ja, den Stufe 1 erkläre ich natürlich schnell. Komm doch her, du. Oh, der weicht sogar Pistolenschüssen aus. Nicht schlecht. Der ist aber echt gut hier. Ich glaube, den einen plündere ich mal. Der wirkt so stark. Ja, eine Schnur hat er dabei. Immerhin. Ist auch nicht schlecht. Medizin, Pinsel, dies, das, Ananas. Ich würde jetzt einfach gerne noch irgendwo raus. Aber alle Fenster sind zu. Es gibt keinen Ausgang mehr. Wurden hier eingesperrt. Alles, was offen war, ist jetzt zu. Hier ist noch offen. Naja, wir hauen ab. Tschüss. Ich bin weg. Schönen Tag euch noch. Moment, da hinten sind Verbrecher, die ich töten muss. Da kann ich mich dann nicht um euch kümmern. Und jetzt hau ich ab. Tschö. Erinnerung abgeschlossen. Der Jakobiner Club. Zwei von zwei Sync-Punkten erhalten. So, die schießen noch ein bisschen hinter uns her. Sollen sie ruhig. Ich bin weg. Tschüss. So, und damit haben wir noch zwei Sync-Punkte bekommen. Die Mission haben wir jedenfalls erfolgreich abgeschlossen. Also, Elise ist in Gefahr. Und die sind ganz froh, dass wir Lafrenier für die getötet haben. Es ist also alles nicht so super gelaufen. Ich würde jetzt noch eben in die Fähigkeiten gehen, dass wir noch beim Schleichen uns den Schlossknackergesellen holen. Denn wir haben jetzt nämlich genau sechs. Also, den kaufe ich mir noch. Und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Schaltet beim nächsten Mal mal wieder ein bei SSN's Creed Unity. Bis dahin, euer Walle. Bye, bye. Bye.